Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, meine Damen und Herren, ich bin Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu Cassettebeast, wo wir da aufgehört haben und, ähm, so, und, ähm, ja, ich hab's gelöst und es hat, so gesehen hat es geaktiviert, und zwar da oben die schöne, ähm, Schieß mich tot, Wasserrutsche, tatsächlich, ja. So, Sekunden, und zwar können wir jetzt hier das Teil, glaube ich, aufmachen, okay, uns fehlt immer noch etwas, warum fehlt uns halt immer noch etwas, oh, warte mal ganz kurz, ich glaube, ich brauche das Wasser dafür nicht, das wurde hier nämlich aktiviert, genau. Ich glaube, ich hätte das Wasser noch warten sollen mit, ich glaube, ich hätte aber nur Wasser ein bisschen warten sollen. Ah, das ist nochmal. Zumachen. Eine der Kisten ist falsch. Schlüssel ist nicht in dieser Tour öffnen. Warte mal, nein. Aber eine dieser Tore steht, dass nicht in dieser, äh, der ganz, warte mal was. Halt, warte. Nur eine Tour sagt die Wahrheit. Schlüssel ist in dieser Tour. Ah, verdammt. Okay, dann ist es halt die Linke. Ernsthaft? Jetzt ist die Mittlere? Das haben wir alle nicht, die Wahrheit. Egal. Ich würde lieber als das am anderen hier. Hm. Weg, gelöst hier. Glühende Kohler geht gut. Jetzt wird die Rüsselampeln liegen. Okay. Okay, Inventarwahl. Nicht wechseln. Gegenstände. Wechseln mal rüber auf... Ideaspeller. dann mal einen hurricane und dann noch mal ordentlich mit einem rat ins gesicht so ja auch schon klingel mit ernsthaft na komm wo sind wir einfach mal martin kussel sehr schön ich kann doch nicht mal hier fangen schade angenehm da war er legt mich doch am zippler perfekt super das oft und die frage die sich mir gerade stellt ist wir tauschen mal die wilde lente gegen marie du so aus und nehmen mal die russell lampel mit schauen ob das funktioniert diese atmosphäre langsam gewinne ich mich daran aber trotzdem wird der kopf weh ich weiß ich habe was spannend ist eigentlich man so ist denn diesmal jetzt dran ein erzengel ist auf der hut jack der dreidimensionale raum ist unvollkommen wissenschaft und mathematik gelten weiterhin alle dinge haben vier seiten dieser erzengel scheint mir ein wenig exzentris zu sein aber vielleicht sehr freundlich nein ich sehe widersprechen euch ihr seid unvollkommene wesen lasst mich euch gerade biegen naja erzengel heka hedron neoplatischer diktator ja was das war gut level 30 na gut wo sind wir weder ziampel putziger name ähm multiklaps multiklaps scharfe kannte schadenswurf 8 schadenswurf 9 gute frage entzünden aber mal spucken so es war nämlich dinge dass ich brauche da war ist um kohl Nice. Okay, gut. Positionskraft. So, dann als nächstes Entzünden. Dann Entzünden. Stellfeuer. Schlitzel. Okay, aber das wird ein bisschen problematisch gerade. So, blockt erstmal und schlägt die Bälle. Und ein Luftball. Okay. Dann nochmal spucken. Okay. Okay. Kommt, beißen. Schallknall. Steinwelle. Spucken wir mit den Kapps. Auf dem Poppel. Okay, um. What an hurricane. Das gab es auf die Korone, ist aber richtig mies. Ja, geschafft. Gott. Das war ein Kampf. So, Kopfschuss, Trefft ein Ziel, nice. Sein Ausdauer wurde um 12% erhöht. Du wirst dieses Land verlassen, hör gut zu, hör auf mein Lied. Bist du der Aufgabe gewachsen, kannst du den ganzen Weg du gehen, der vor dir liegt. Nach Westen müssen deine Flügel flattern an den Ort, den nur ich kenne. Denn dort liegen meine Kammern, ihre Hallen sind nun leer. Und dort musst du nach Norden gehen, wo sich getrennte Wege grüßen. Nach Westen oder nach Norden. Bin auch ich unvollkommen. Die Berechnungen waren richtig. Ich habe in drei Dimensionen gleichzeitig versagt. Perfektes Timing. Ich habe gerade daran gedacht, jemanden zu rekrutieren, der sich mit Zahlen auskennt. Wie würde dir das gefallen, mein neuer Quaterfreund? Typisch unheimlich. Ich kenne dich doch. Und ich weiß wirklich nicht, wie ihr hier runtergekommen seid. Das war dann wohl doch nicht unbedingt ein freundlicher Erzengel. Typisch. Der Eckmann ist wieder erschienen. Was wäre deiner Meinung nach wohl von den Erzengeln? Also, hast du eine weitere Zeile für unsere mysteriöses Visionenlied erhalten? Wie lautet sie? Von dort musst du nach Norden gehen, wo sich getrennte Wege grüßen? Das klingt, als würde es in eine bestimmte Richtung weisen. Allerdings wird es nicht besonders eingegrenzt. Okay, lassen wir uns krachen. Worin geht es als nächstes? Hast du das Gerücht gehört, dass im Park irgendwas passiert? Das könnten wir uns aber ansehen. Ja, das könnten wir uns mal ansehen. Das liegt am Plan. Warte mal, habe ich irgendwas Neues bekommen? Einstellen, Erfüllen, mal gucken. Und er kann... Oh, komm, die jetzt nicht besser. Kassettenmaxter. Deswegen, das Ziel ist ja natürlich, eine andere Kassette zu wechseln. Nice. Bonjour. Ich brauche ein bisschen zurückspulen. Neuspulung. Einmal Fusilis. Und noch ein paar mehr Chrom-Dioxid-Kassetten. Oh, wow. Gut, dann... Oh, halt. Ja. Leder, der Kyushawa, neulich eine alte Ruine erschienen. Klingt ziemlich seltsam, oder? Aha. Aber dann, auf zu Meredith. Oh, warte mal. Ich habe mich vorhin mit Maris Piper unterhalten. Du weißt schon, die Dame, die die Farm auf der anderen Seite des Bachs betreibt. Sie ermutigt, dass sich einige Makler irgendwo in der Nähe ihrer Farme hinterlassen haben. Beunruhigend, oder? Weil dieser Farme hält Hafenstadt ein Großteil seiner Nahrungsmittel. Wenn die Makler sie unter ihre Kontrolle bringen... Das möchte ich mir nicht erahnen, du. So. Aha. Sandsturm, Eiswirk, Sette. Was war hier? Nix. Aber hier haben wir das noch. So. Was ist das Teil hier? Ich will jetzt auf der Langstrecke oben nachgucken, ob das ist. Nee, da ist gar nix. Das ist im Weg. Ich führe hier wichtige Forschung durch. Okay. Dann, ähm... Entzünden und... Entzünden und... Entzünden. ... ... Awww Okay, gut Wechsel Und Multiclubs Sehr schön So, das nächste ist dann den Hurricane Und einmal noch mal entzünden Sehr schön Okay, Schalkner Entzünden Gut Schalkner Multiclubs Müssen wir nicht, dass diese Verkehrskrabbenstatue ein bisschen seltsamer aussehen? Ach Quatsch Na, was wir gewohnt So Warte, bevor wir jetzt so großartig was machen Gruppe Wechsel Super Irgendwas Nee, da war ja gar nichts Äh, wir können ja den Norden ganz kurz ausruhen Das war die Kassette Remastered von unserer B-Luzi Flinte Oh, die Malcheck Wir erklären uns auf dem Markt gefunden Und sie haben mitgebracht Und ist sie in, äh, nee, ist sie in gutem Zustand? Sie verschrumpft ein wenig Meeresaroma Aber ganz ehrlich Das war der Hälfte des Mülls in den Hafen und Stadt So Klingt sie Gute Frage Bist du bereit? Ähm Naja Das klingt Tremlich unfertig Keine Sorge Leute auf Neu Viral sind es gewohnt, dass Sachen nicht so ganz funktionieren Nichts, was man nicht wieder hinbekommen könnte Natürlich muss man sich richtig reinhängen Diese Schönheit werde ich schon bald spielen Darauf freue ich mich schon Ich auch Base 4, meine Damen und Herren So, wieder die Flinte Kann geupdoet werden Ja Atellarex Der Name ist genial Der Körper des Atellarex enthält eine Vertiefung mit vergeschmolzerem Metall Aus dem er Schrapnelle formt und aus dem Geschützturm an seinem Bauch abfeuern kann Seine palästischen Fähigkeiten und die hoch aufragende Statue Machen ihn zu einem furchteinfließenden Gegner Na, ist das super So Äh, ich muss nach Osten ganz kurz Kann er eigentlich dann darüber Und dann soll er irgendwo hier im Park was sein Ach da Ich frage jetzt, wie kommt man da hoch Wie kommt man da hoch dann? Aha Ach, verdammt Komm mal halt Verdammt Leck mich doch am Zipfel, ihr beiden Sehr schön Oh, der neue Junge Gehen wir uns? Hoia Lake hat von dir erzählt, als er einige Teile aus meinem Laden abgeholt hat Hast du ihn schon kennengelernt? Der ist echt schlimm Wusstest du, dass er überhaupt kein richtiger Wissenschaftler ist? Bevor er nach NeuViral kam, war er ein Datenanalyst Hier muss ich ihm mal sagen, dass man nicht automatisch zur Persönlichkeit wird, wenn mein T-Shirt mit dem Aufdruck, ich liebe Wissenschaft, trägt Aber egal, ich bin Meredith Viel Spaß dabei, hier mit uns anderen bis an Lebensende festzusitzen So schlimm ist es doch gar nicht Wie viele Leute sind hier? Maximal ein paar hundert Da gehen einem ziemlich schnell die Gesprächsthemen aus, glaub mir Naja, ich wollte nur mal ein bisschen Stuft stoppen Komm doch mal in meinen Laden in der Stadt vorbei Das gelbe Gebäude in der Promenade Okay, Meredith Gut, dann habe ich das schon mal gelöst Ähm, ja warte mal Das ist eine Idee Gelbe Gebäude in der Promenade, sagt er Oh, nur was Ich bin im Sumpfgebiet in einem Hinterhalt von Schleim geraten und irgendeine Superheld mit Umhang kam angesprungen, um mich zu retten Das denke ich mir nicht aus, ganz ehrlich Aha So, ich sehe das Gebäude schon, da ist es Oh, du schon wieder Ich wollte was fragen Wollte ich nicht nach einem Weg von dieser Insel suchen? Ja Hm Dein Optimismus ist fast schon bewundernswert Naja Wenn du dieses ganze über die Inselreisen-Ding machst, konntest du mich für mich nach was Ausschau halten? Na klar, was wusst du denn? Eine Schaltplatte, weißt du was es ist? Ja Okay, cool Es ist, ähm, schwierig zu sagen, wer hier irgendwas weiß Nicht alle kommen aus ähnlichen Welten Dadurch wird es ziemlich schwierig, mit Leuten zu reden, sogar noch schwieriger als gewöhnlich Also, die Schaltplatte ist ein Album All I Ever Want Needed von The Bridge House Vielleicht kennst du es ja Ich habe es in meinem frühen Leben immer gehört Es hat einen sentimentalen Wert für mich, okay? In Hafenstadt gibt es ein paar Musiknerds, meinst du, du könntest dich für mich umhören? Okay Klo hin Kriegen wir doch gelachst Musiknerds Guck mal, hier ist noch jemand Wie ich hörte, ist Käpt'n Penny Dreadful oft in dem zerstörten Dorf Ist dich von hier unterwegs zu finden Oh Ähh, Hafenstadt ist ja hier nicht Es gibt es seit 101 Jahren, was ist das? Weißt du, wie es hier aussieht? Klar, weil die Stadt verändert sich so schnell Was von der Mensch? Okay, gut Nee, auch nichts. Äh, Unica, Schlangenhaut, nice. Ganze Kassetten-Transportions-Things ist noch neu für dich, was? Was ist mit unserer guten Dame hier? Ähm, ah, habe ich diese Plätze? Nein, aber du kannst die Ranger im Rathaus fragen. Ah, Ranger im Rathaus. Hallo. Äh, was hast du denn? Ähm... Nichts was anderes? Ja, ja. Hey Jack, ist irgendwas? Äh, all I ever needed want in the witch house. Merger versuchen nach einer Schallplatte. Du weißt aber schon, dass die Wahrscheinlichkeit, genau die zu finden, zu dem nicht bei Null liegt, oder? Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Diese Sachen auf Neu-Viral kommen aus einer Menge anderen Helden. Oh, grüße an einem Fall-Down-Mall. Woher kam ein Fall-Down-Mall? Oh, natürlich. Du bist neu. Okay. Im Norden von Neu-Viral gibt es ein Shopping-Setter. Es ist vollkommen verlassen. Er ist kurz, erst vor ungefähr 15 Jahren hier erschienen. Dabei sorgen wir die gesamte Kleidung für die Bewohner. Ganz zu schweigen wohl unsere Kassettenspieler und Kassetten. In Amor gibt es einen Musikladen voller Schallplatten und Kassetten. Aber, der aber aus Sicherheitskunden verschlossen ist. Meinem Kassett vorrägt das ziemlich wichtig. Da gibt es eine gute Idee, sie sicherer aufzubauen. Falls sie leider da ist, könnte Meredith ihr Leben riskieren, nur um sie zu bekommen. Der rationale Teil von mir, in mir, würde ihr offiziell verbieten, das zu versuchen. Aber wenn du sie begleitest, ist es vielleicht etwas sicherer. Hier, nimm das mit. Von Lante, von Mörder. Es geht um die Platte, die Mörder ist zu. Okay. Was ist das, ein Brief? Oh, was steht dran? Da ist eine Notiz von Lante. Sie schreibt, dass meine Platte in der Falldown Mörder sein könnte und ich die erlaubt es habe, dort hinzugehen. Aber nur, wenn du mich begleitest. Die Schüssel, um reinzukommen, sind auch dabei. Tja, was war denn los? Bist ihr sicher? Keine Sorge, ich kann mich verteidigen. Du hast doch wohl nicht dich. Ja, aber er hätte keinen eigenen Kassettenspieler, oder? Den ganzen Tag hier rumsitzen, macht mich wahnsinnig. Ich schätze, dieses Album nicht zu finden. Ist einfach, ist einfach was, wonach man streben kann. Wenn man nichts hat, was man antreibt, dann könnte man auch tot sein. Oder nicht? Weißt du, weißt du, was dich gerade antreibt? Ich will einen Weg zurück nach Hause finden. Wie ich schon sagte, das ist unmöglich. Aber, wenn du mir hilfst, meine Schalkwelle zu finden, helfe ich dir einen Weg nach Hause zu finden. Warum auch nicht? Immerhin brauche ich was Neues, wonach ich streben kann. Nice. Klotzenmietze. Awesome. Gut. Was ist alles da? Oh, du mein hilter. Äh, ich will jetzt mal Kaylee mitnehmen. Äh, störe ich? Ich verstehe dich nicht, Georgine. Du findest diese ganze, die Gemeinschaft retten Zeug gut. Willst du aber nicht mit mir zu den Rangers gehen? Es ist nichts Persönliches. Ich bin einfach nur unberechenbar. Ein Einzelgänger. Ich kann nicht einer Organisation beherfolgen, die mich vielleicht zurückhält. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, du hast Angst davor, die Aufnahmprüfung nicht zu verstehen. Das ist das ganz bestimmt nicht. Okay. So, aber unser Part endet schon wieder hier. Ich bleibe mir fürs Zuschauen und wir sind es nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht, mit, ja, Cassette Peace und den Abenteuern hier in Viral. Bis dahin, wunderschön, morgen Mittag oder auch Abend. Und nicht vergessen, liken, subben, kommentieren, alles ist gern gesehen. Bis demnächst Leute. Schwimmel Öle und bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.